Guten Morgen, so wie ich morgens meinen Kaffee koche. Mittlerweile nehme ich nur noch Mineralwasser. Muss ich heute auch nachkaufen. Und jetzt mache ich meinen Kaffee hier raus. Hab einen. Ist das nicht cool? So, also, äh... Ich weiß ja jetzt auch nicht, irgendwie so, ähm... was dann irgendwie besser wäre. Aber, ähm, schauen wir mal weiter. Also, ich koche mir jetzt erstmal einen Kaffee. Ich fühle mich auch ein bisschen krank. Das ist aber irgendwie... Ja, ist schon ziemlich normal geworden. Okay, dann, ähm... Bis später. Ich muss das immer, äh, zusammenschneiden, das Video. Ich hab da voll die Taschenlampe im Gesicht. So, ein bisschen... Anstrengend. Für meine Augen teilweise. Ähm... Und, äh... Ja, dann, äh, mache ich mal die, äh, Balkontür auf. Und, äh, lüfte dann wieder. Und, ähm... Und, äh, keine Ahnung. Ich werde, äh, mal irgendwie sehen. Ich hab... Ich bin immer so hin- und hergerissen. Das eine ist halt irgendwie, dass ich immer das Bedürfnis nach Urlaub hab, irgendwie mal weg irgendwie. Äh, und das andere ist halt, äh, das technische Know-how, was mir dann so reingeballert wurde. Wo ich dann irgendwie, ähm, sehen muss, dass ich da, dass es mir hier irgendwie, äh, gemütlich mache. Und trotzdem noch irgendwie einigermaßen leben kann, ohne widrige Umstände. Und, äh, nette YouTube-Videos machen, wobei ich irgendwie... Ah, nein! Äh, jetzt hab ich rumgesaugt. Obwohl ich, äh, ich... Keine Ahnung, ich musste mal sehen, so... Weil ich, äh, bin auch nicht immer so die Wünscherfüllerin. Weil ich find das irgendwie auch ein bisschen anstrengend, manchmal teilweise. Ähm, ja, das war jetzt erst mal dazu. Ich bin noch tierisch, äh, unsortiert und, ähm, müde. Dann, ähm, werde ich das gleich mal machen, wenn ich mein Kaffee, also abgewaschen hab und mein Kaffee hab. Bis dann.